Nein, ich kann heute nicht mit dir zusammen sein. Ich habe zu viele Hausaufgaben und ich bin auch zu spät für Schule und... Was? Nein, ich habe dich nicht gehört. Ich habe gerade was wirklich gesehen. Ja, und ich muss auch heute arbeiten und... Ach, berührst du nicht meine Finger, Alza? Halt die Fresse, ich will ihnen helfen. Ich weiß nicht. Hier. Du siehst gestresst aus. Komm, siehst du mit mir? Nein, ich muss zur Schule. Nein, komm. Komm, siehst du gar nicht zur Schule? Je. Was mit deiner Zukunft denn? Wie willst du Geld verdienen? Ich chill. Ich brauche kein Degeln in Schule. Ich habe meine Freiheit. Die Leben ist zu kurz wie schlecht. Oh. Hallo? Hast du je wieder mein Geld genehmt, du lause Junge? Ähm, in Schullingung? Du möchtest dich doch zusammennehmen, Mensch. Du entscheidest mich. Das war nur mein Vater. Das war nichts. Vielleicht hast du recht. Vielleicht soll ich ein bisschen mehr entspannt sein. Und, vielleicht solltest du ein bisschen besser auf dein Leben aufpassen. Ach, Mensch. Wie geht's mit dir? Halt, Mensch. Wie geht's mit mir? Wie geht's mit dir? Wie geht's mit mir? Halt, Mensch. Halt, Mensch? Ah, Mensch. Vielen Dank.